Meine Damen und Herren, ich habe gehört, es gibt auch nützliche Sachen auf TikTok. Ich gucke mir mal die Wissenschaftlerin an. In deinem Biobuch sieht so eine Zelle aus. In meinem Biobuch? Gibt's bei mir nicht. Die Schüler haben das selbst zu zeichnen. Ich bin der Überzeugung, dass Schüler den Stoff besser verinnerlichen, wenn sie sich intensiv damit befassen. In deinem Biobuch sieht so eine Zelle aus. Von wegen. Da hat sie recht. Es sollte gerade eine vereinfachte Fassung sein, um es sich leichter vorzustellen. Hier ist eine realistische Aufnahme einer Zelle. Was? Das soll die Realität sein? Vorne sieht so aus, als hätte man da ein Viertel von abgeschnitten. Unter dem Lichtmikroskop habe ich es noch nie so farbenfroh gesehen. Um Kerne zu färben, benutze ich Methylgrün. Kontraste verstärke ich durch Lugolische Lösung. Und Wirkung der Ausdehnung verhindere ich durch Trillium D. Es ist unglaublich viel los und die Zelle ist prall gefüllt. Willst du wissen, mit was? Dann folgt mir. Clickbait-Alarm! Obwohl, da werdet ihr mehr lernen, als auf einigen billigen TikToks. Also könnt ihr sie dennoch liken. Oder meinen Kanal folgen. Und dann folgt mir. Und dann folgt mir. Und dann folgt mir. Und dann folgt mir.